Und damit herzlich willkommen zurück zu Dead by Delight Survivor. Noch eine Runde mit Junjin. Was klebst denn du mir am Arsch? Geh weg. Wo ist der Würfel? Hinten, ne? Killer hat einen schlechten Ping. Das ist schon mal gut. Gummert sich einer um den Würfel? Einen. Ich hab ihn gesehen und er kommt direkt auf uns zu. Oh, hi! Oh, hi! Wenn du weg rennst, mach ich euren Jen fertig. Scheiße, jetzt muss einer so einen Würfel gehen. Natürlich tut sich keiner bereit erklär. Auch jetzt. So, na gut. Dann heilen wir jetzt erst mal. Euren habe ich fertig gemacht. Die Meck hat auch gleich einen fertig. Die Meck wird gejagt. Nicht mehr. Sehr schön. So kathenfarbig. Einwandfrei. Okay, die hat sich einen Würfel geholt. Wir suchen 19.9 Jen. Wo ist es? Oh, hat es geschafft. Was ran hier? Na ja, da fehlen uns ja bloß noch zwei Jents. Es hing noch keiner. Oh, jetzt hängt jemand. Hat eine Glühwe. Okay, er hat kein BBQ-Chili. Ich geh mal los. Ich geh mal retten. Der ist gerade mit der Jagd beschäftigt, da kann ich die runterholen. Hopp. Ich nehme meinen Medikin, den hebe ich gerne für mich selber auf. Da ist noch einer. So, na dann los. Was? Er kommt gerade hierher. Ich weiß nicht, ob mit der ein Schlepp dauer ist. Natürlich. Er muss den scheiß Würfel machen. Okay, Meck will den Würfel machen. Also ganz so klar kommt er mit sich in der Welt noch nicht. Ja. Schon denn hier hinten an? Ja. 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 Die. Oh, ich schaue jetzt doch schon. Zieh, Meck. Zieh, 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 zieh. Er kommt nicht zu uns. Ist der bei mir hinterher? Ach, nicht da. Zieh und tuh? Nein, oder? Ah ja, klar. Jetzt will er unbedingt den Kill haben. Ah, alles tlo. Ja, ich habe schon ein Punkt. Alles tlo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brennst du mal ein Totoro? Wenn ich's schaffe. Wo ist das andere Totoro? Was? Geh doch weg hinter mir! Ja natürlich bleib ich alleine. Boah, die mussten raus. Na ja. Schade. Mein Fehler war, dass ich wieder an den... ...Torschalter gegangen bin. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich auch raus... Oh, jetzt hab ich's endlich fertig. Oh, warte, warte. Warte. Aber ich hab schon... Okay, äh Quatsch hier. Asche 3 erreicht. Ja, es war trotzdem eine schöne Runde. Und da hab ich... Hm. Er hat sich nicht ausgelockt. Ja. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen rastlichen Tag. Und ich freu mich auf die nächste Folge von... ...Dent by Daylight Survivor. Bis dahin. Ciao. Ciao.